16-jähriges Bielefeld-Talent wechselt zu Borussia Dortmund. Ich habe euch gefragt, welchen Spieler ich beim U17 Bundesliga Cup besonders unter die Lupe nehmen soll und da ist sehr oft der Name Nick Czerny gefallen. Der 16-Jährige war seine gesamte Jugend bei Arminia Bielefeld unter Vertrag, doch jetzt wechselte er zur neuen Saison zum BVB. In der vergangenen Saison konnte der Flügelspieler in der U17 Bundesliga West in 12 Spielen 10 Mal treffen und spielte sich so in den Fokus des Glaubens. Was ihn ausmacht, ist seine Abgeklärtheit und die Ruhe am Ball. Er ist beidwüstig und ist verantwortlich für alle Standards des BVBs. Aber aus seiner Defensivarbeit nimmt der halbdeutsche, halb Russe ernst und arbeitet stetig mit nach hinten. Auch wenn er beim U17-Turnier in Heilbronn nicht besonders aufgefallen ist, merkt man, dass dieser Junge ein verdammt großes Potenzial hat. Die Verantwortlichen von Dortmund wissen aber, was sie an ihm haben. Wenn du mehr Content zu ihm und zu weiteren Talenten sehen willst, dann mach jetzt gerne das Plus weg.